Hallo, mein Name ist Britta Steffenhagen und ich lese den Hörbuch-Thriller Der Aufstieg in eisiger Höhe wartet der Tod von Amy McCulloch. Es ist sehr kalt, es ist sehr hart, der Aufstieg. Ich lese euch eine kleine Stelle daraus vor. Ihr Herz hämmerte wie wild. Sie warf einen Blick über die Schulter. War er noch da? Sie blieb stehen. Eine gekrümmte Silhouette, ein paar Meter höher, seine schweren Schritte, die durch die Schneekruste brachen, die ihr folgten, die ihr nachjagten. Aber nein, sie knifft die Augen zusammen. Da war nur der Schatten einer Wolke auf der Bergflanke. Ohne hinreichend Sauerstoff im Gehirn konnte sie nicht einmal mehr ihren Augen trauen. Also es ist nicht nur kalt, es ist auch wenig Sauerstoff. Und dann ist also zu einem Überfluss, als wenn das nicht alles schon unwirklich genug wäre, man spricht auch da oben in den Bergen von der Todeszone, es spielt in Nepal, es treibt da auch noch ein schrecklicher Mörder sein Unwesen. Also, wenn ihr wissen wollt, ob es nur eingebildet ist oder doch die Wahrheit, dann hört rein.